Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1 Letzter Aufruf für Herrn und Frau Schmidt. Flug LH-222 nach Berlin. Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich zum Flugsteig 12. Ihre Maschine ist abflugbereit. Letzter Aufruf für Herrn und Frau Schmidt. Flug LH-222 nach Berlin. Bitte begeben Sie sich schnellstmöglich zum Flugsteig 12. Ihre Maschine ist abflugbereit. Nummer 2 Entschuldigung, ich suche Schuhe. Normale Schuhe. Keine Sportschuhe. Sind die auch hier im dritten Stock? Nein, da müssen Sie in den ersten Stock gehen. Hier ist die Sportabteilung. Im ersten Stock gibt es Herrenschuhe. Sie suchen doch Schuhe für sich. Kinderschuhe gibt es im zweiten Stock. Ja, ich suche Schuhe für mich. Die finden Sie, wie gesagt, im ersten Stock. Danke Nummer 3 Und hier ein wichtiger Hinweis für Reisende nach Hamburg. Der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Ich wiederhole. Der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Und hier ein wichtiger Hinweis für Reisende nach Hamburg. Der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Ich wiederhole. Der Intercity Express nach Hamburg, Abfahrt 14.15 Uhr fährt heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 13. Nummer 4 Kann ich Ihnen helfen? Ja. Was kostet die Jacke? Stimmt das? 154 Euro? Ist die wirklich so teuer? Ja. Mal sehen. Ich glaube, da ist noch der alte Preis dran. Ich schaue mal im Computer nach. Die Jacke kostet jetzt 94 Euro. Aha. Das ist schon besser. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Was kostet die Jacke? Stimmt das? 154 Euro? Ist die wirklich so teuer? Mal sehen. Ich glaube, da ist noch der alte Preis dran. Ich schaue mal im Computer nach. Die Jacke kostet jetzt 94 Euro. Aha. Das ist schon besser. Nummer 5 Guten Tag, Herr Wagner. Hier Reisebüro Lohmann. Ihr Ticket ist angekommen. Sie können es morgen abholen. Bitte bringen Sie Ihren Ausweis oder Pass mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Nummer 6 Hey, Robert. Uwe hier. Nie bist du zu Hause. Ich bin jetzt noch im Schwimmbad. Das Wetter ist so toll. Ich komme dann um 20 Uhr zum Konzert. Treffen wir uns dort? Ich freue mich. Ich freue mich. Teil 2 7 Hallo Angelika. Wir wollen doch heute Abend ins Kino gehen. Leider kann ich nicht mitkommen. Meine Tochter ist krank. Ruf mich an, dann machen wir etwas anderes aus. Bis dann, Julia. Acht Liebe Hörer, hier eine Mitteilung der Polizei. Am Waldstadion gibt es keine Parkplätze mehr. Besucher des Fußballspiels? Bitte kommen Sie mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Neun. Neun. Liebe Fahrgäste, Sie bekommen heute ein leckeres Abendessen in unserem Zugrestaurant. Auch für unsere kleinen Gäste haben wir ein extra Menü zusammengestellt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 10 Sehr geehrte Fahrgäste, leider können wir im Moment nicht weiterfahren. Zwischen Frankfurt und Affenburg hat es vor 10 Minuten einen Unfall gegeben. Wir bitten um Entschuldigung. Teil 3 Nummer 11 Hey Manfred. In diesem Urlaub möchte ich deine Heimatstadt besuchen. Wie heißt deine Heimatstadt? Meine Heimatstadt ist Dortmund. Ich hatte meine Schule in Dortmund gemacht. Als ich 18 war, verließ ich mein Zuhause und zog nach Berlin, um bessere Jobs zu bekommen. Teil 4 Und lebst du mit deiner Familie? Ich habe letztes Jahr geheiratet und lebe seitdem mit meiner Frau am Stadtrand von Berlin. Teil 4 Hey Manfred. In diesem Urlaub möchte ich deine Heimatstadt besuchen. Wie heißt deine Heimatstadt? Teil 4 Meine Heimatstadt ist Dortmund. Ich hatte meine Schule in Dortmund gemacht. Als ich 18 war, verließ ich mein Zuhause und zog nach Berlin, um bessere Jobs zu bekommen. Teil 5 Und lebst du mit deiner Familie? Teil 5 Ich habe letztes Jahr geheiratet und lebe seitdem mit meiner Frau am Stadtrand von Berlin. Teil 5 Nummer 2 Nummer 2 Ich wohne 10 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt. Deshalb muss ich früh morgens aufwachen. Teil 5 Wann stehst du auf? Teil 5 Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Zuerst tusche ich, dann ziehe ich mich an. Teil 5 Was hast du zum Frühstück gegessen? Teil 5 Um halb 8 koche ich Eier und Kaffee. Ich trinke Kaffee ohne Zucker, aber mit etwas Milch. Teil 5 Ich wohne 10 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt. Deshalb muss ich früh morgens aufwachen. Teil 5 Wann stehst du auf? Teil 5 Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Zuerst tusche ich, dann ziehe ich mich an. Teil 5 Was hast du zum Frühstück gegessen? Teil 5 Um halb 8 koche ich Eier und Kaffee. Ich trinke Kaffee ohne Zucker, aber mit etwas Milch. Teil 5 Nummer 13 Hallo Anja, mein Auto ist kaputt. Kannst du mich abholen? Teil 6 Entschuldigung Lisa, ich erreichte im Büro. Bitte nehmst du die U-Bahn oder Bus? Teil 6 Die U-Bahn ist immer pünktlich. Ich werde eher mit der U-Bahn als mit dem Bus fahren. Teil 6 Hallo Anja, mein Auto ist kaputt. Kannst du mich abholen? Teil 6 Entschuldigung Lisa, ich erreichte im Büro. Bitte nehmst du die U-Bahn oder Bus? Teil 6 Die U-Bahn ist immer pünktlich. Ich werde eher mit der U-Bahn als mit dem Bus fahren. Teil 6 Teil 6 Nummer 14 Teil 6 Hallo Maro, wie geht es deinem neuen Kollagen? Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Job. Meine Arbeitskollegen sind sehr nett. Sie begrüßten mich mit offenen Armen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Meine Arbeit ist gut und mit meiner Freundin bin ich sehr glücklich. Wir wohnen jetzt zusammen in Berlin. Sie arbeitet als Verkäuferin in Berlin. Hallo Maro, wie geht es deinem neuen Kollagen? Hallo Maro, wie geht es deinem neuen Kollagen? Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Job. Meine Arbeitskollegen sind sehr nett. Sie begrüßten mich mit offenen Armen. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Meine Arbeit ist gut und mit meiner Freundin bin ich sehr glücklich. Wir wohnen jetzt zusammen in Berlin. Sie arbeitet als Verkäuferin in Berlin. Nummer 15 Das Leben ist heutzutage so beschäftigt. Ich habe nicht genug Zeit, um mit meinem Freundin zu sprechen. Warum hast du keine Zeit nach dem Arbeit? Sie arbeitet immer am Morgen. Ich muss oft am Abend arbeiten. Wir sehen uns leider nicht so oft, aber wir genießen jede Minute zusammen. Das Leben ist heutzutage so beschäftigt. Ich habe nicht genug Zeit, um mit meinem Freundin zu sprechen. Warum hast du keine Zeit nach dem Arbeit? Sie arbeitet immer am Morgen. Ich muss oft am Abend arbeiten. Wir sehen uns leider nicht so oft, aber wir genießen jede Minute zusammen. Ich habe nicht genug Zeit, um mit meinem Freundin zu sprechen. Ich habe nicht genug Zeit, um heute wiedereinander много Zeit, um bei meinem Freundin zu sprechen. Ich habe eine Zeit, um einen heutigen Zeit mit dem Brüllen zu sprechen. Ich gebe Ihnen bei mir haben, dass wir ein Blick nicht Harlem. Es ist ein Licht, das ist ein Schöpfe. Was und Freude Deutsche der Union? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.